Doch, meine Mutter fällt ab. Ja. Ich heule, ne? Ja, das ist so toll. Hol mal hier ein Bildschirm. Heute Abend. Warum ist das so schön? Was geht ab, Freunde? Euer Altin Sinuni hier. Herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Wie ihr sehen könnt, habe ich Unterstützung aus dem UFDJ mitgebracht. Meine rechte Seite den Marc. Bei meiner Linken den Islam und Ivan. Wir werden heute eine Chili-Challenge machen. Einen riesen Dank geht auf jeden Fall raus an chilifood.de, dass die uns die Sohsen zur Verfügung gestellt haben. Wer auf jeden Fall scharfe Sohsen mag und auch mit seinen Freunden vielleicht so eine Challenge machen will, checkt auf jeden Fall die Seite ab. Wir wollen nicht lange reden. Wir sehen uns gleich bei der Challenge. So, Freunde, nicht zu vergessen, abonniert auf jeden Fall den Kanal. 77% der Zuschauer haben den Kanal noch nicht abonniert. Support ist kein Mord. Und ich würde mich auf jede Unterstützung freuen und wir sehen uns gleich bei der Challenge. Wusser. Also Leute, es geht jetzt um die erste Sohse, heißt Pirates Blend Coco Mango. Die erste Frage lautet, wie viele Augen hat eine Biene? Wie viele Augen hat eine Biene? Wie viele Augen hat eine Biene? Zwei. Keine Ahnung. Oder warte. Drei guckt nicht meine Antwort. Ich habe. Ich glaube auch. Okay. Wir fangen von links an. Mark, was hast du? Zwei. Was hast du, Altin? Vier. Altin hat vier. Islam? Vier. Zwei. Zwei. Okay. Warte. Eine Biene hat fünf Augen. Also. Marc oder Ivan. Schnick, schnack, schnuck. Ja, schnick, schnack, schnuck. Bis eins oder bis eins? Bis eins. Bis eins, Bruder. Das ist dieses harte Leben. Harte Leben. Der meinte noch zu vorn, Bruder. Der wird keiner jetzt. Egal das erste. Warum hast du vier Augen, Bruder? Warum weißt du das, Bruder? Ich wollte gerade sogar vor einigen gehen. Eine Mitte. Okay, komm. Bis eins. Schnick, schnack, schnuck. Ja! 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 Ich muss schon mal fertig. Soll ich ready? So, ich habe jetzt die erste Soße. Direkt zum Rücken. 150 Scoville, ne? Warte. Chill mal, chill mal. Wow, so ist gut, oder? 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 So ist perfekt, nicht mehr. Ihr wisst ja, wenn ich gleich einmal für den Bruder ganz los habe. Nein, wir gehen mal weg, Bruder. Wir gehen mal rein, bitte. Wir gehen mal rein. Bis immer. Komm. Ich bin ein Mann. 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 Das ist die erste Soße, meine Freunde. Es geht weiter. Wie viele Buchstaben hat das längste deutsche Wort? Okay? Drei, zwei, eins. Einmal in die Kamera zeigen. Marc hat 16. 26. 26. 26. Du hast 15. Du hast 16. Ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann. Genau, du hast am wenigsten. Es geht um euch drei halt quasi. Wie? Hab ich gewonnen? Warte, noch nicht. Oder Brain. Wie uns drei? Nein, stimmt. Nur Islam hat auf jeden Fall schon verloren. Ja? Ja? Das längste deutsche Wort hat 79 Buchstaben. Du musst essen. Das Wort heißt Donaudampfschiffsfahrt, Elektrizität, Hauptbetriebswerks, Tausende Meter, Beamtin, Gesellschaft. Ich habe so an Sonnenblumenkerne gedacht oder so. So, das ist jetzt die zweite Soße. Dippen wir das schön rein? Wie viel, wie viel? Ja, da kann man sich mal richtig rein dippen, Bruder. Nein! Das ist schon richtig, Bruder. Das ist schon richtig, Bruder. Ja, das ist schon richtig, Bruder. Ja, das ist zu viel. Wie viel Kubil hat die? Ey, mach mal ein bisschen diese Dinger weg. Nein, Bruder. Ey, was laberst du denn? So, guck, so ist perfekt. Okay, let's go. Nichts wichtig. Cangela. Cangela. Geht wird der kommen. Der ist gut. Der Platz vielleicht. Okay, let's go, Bruder. So, Leute. Wir kommen jetzt zur dritten Soße. Geht? Und zur dritten Frage. Doch, Roller geht. Roller geht gut. Ich meine doch. Wir kommen zur dritten Frage. Beziehungsweise zur dritten Soße. Wie viele Kilometer lang ist der längste Fluss der Welt? Drei. Zwei. Eins. Einmal in die Kamera. 2.800. 2.000. So, ich hab auf jeden Fall verloren. Ich hab einfach 1.000, Bruder. Bruder, Bruder. 1.000, ey. 6.650 Kilometer in die Regel. Ich hab 3.200. Das ist der Plus Nil. Nil, ja. Schachtarmat. War das der längste? Ach, du mal richtig rein. Diese, ne? Nein, diese, 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 Bruder. Die ganze Zeit ist weg, Bruder. Lass uns gleich. Lass uns gleich. Lass uns gleich. Bruder, warum bin ich so schlecht? Bruder, das kann man irgendwie nicht rein. Das reicht schon. Das reicht nicht, Bruder. Man muss ein bisschen mehr, Bruder. Bruder, ich bin, bis jetzt hab ich mich gut gerettet. Ey. Hör auf, Mann. Boah, die ist gut, Bruder. Nein, die ist nicht so scharf, glaube ich. Die Rata, die Rata sind schwer. Das merk aber schon. Die ist, glaube ich, schon viel schlimmer als die erste. Okay. Die Rata sind gebildet. Ich werd nicht einmal rankommen. 2 Mal, okay. Bisher du Spitzelreiter. Boah, weil ich diese Auge jetzt gemacht hab. Ich verlese. Ja. Man riecht das. Ich schwör, man riecht das sogar. Boah. Man riecht das sogar. Du tust mir leid. Ey. Der hat gesagt, ich werd abkacken. Die dritte Soße. Was war's? Die sieht aber übel aus. Die ist richtig. Die dritte heißt. Die sieht doch nicht mehr so gut wie die schmeckt. Lemon Drop Hot Sauce Bio. Das ist die hauseigene Marke. Die schmeckt. Schmeckt die? Chilifood. Also ich bin eher einer, der kein Schaf ist, aber ich glaube für Schafliebhaber. Das ist Feinschmecker, ne? Feinschmecker. So muss sein. Boah, die ist aber schon. Die merkt schon. Die ist nicht so schlimm, kennst du, aber die knallt schon ein bisschen. So, Leute, wir kommen jetzt zur vierten Soße. Die vierte Soße heißt Feuersalamanda Hot Sauce. Okay, Feuersalamanda. Ich hab die schon persönlich probiert. Die ist auf jeden Fall, mit der ist nicht zu Spaß. Das ist gut, Jungs. So. Wie viele Planeten wurden bisher außerhalb unseres Sonnensystem entdeckt? Bruder, du weißt, das kann vier sein, das kann aber auch 400.000 sein. Ja, ja, Alter. Zählen Sternen zu Planeten eigentlich? Nein. Okay, Bruder, dann schrapp ich immer hin. Gut, dass du mir das sagst. Bruder, wenn Sterne wären es Milliarden, Bruder. Ja, sorry. Bruder, ich glaube ich bin Richter neben mir. Ich bin auch Richter. Okay, drei, zwei, eins, null. Alle in die Kamera? 25. Null? Du hast auf jeden Fall verkackt. 50. Ich hab 100. So 4.000. So 4.000. Boah. 4.000, Mann. Ja, ja, ja. Boah, die mit Arwena. Die mit Arwena. Bruder, ich hab noch nie erfahren, wie er vernehmliche Planeten aussieht. Oha, übertreib mal dich. Das ist gut, Bruder. Hey, 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 hey. Jetzt ist schon gleich Tisch weg. Stimm mal jetzt. Oha, was hast du das jetzt? So ist gut, Mann. Okay, Jalla. Marc Engaccio. Marc auch. Und? Und? Geht oder geht klar? Ehrlich? Ja, sag doch mal was. Geht klar. Wie ist? Geht klar. Ja, aber brauchst du trinken oder geht? Oder mach vorne trinken. Löwe. Ein richtiger Löwe. Wie ein Löwe. Wie ein Löwe. Okay, weiter geht's. Ich dachte, viel schärfer, Mann. Das ist so wie Dönerbrot. Ey, was ist das, Alter? Das ist unfair. Der ist nur am gewinnen. So, wir sind bei der fünften Soße. Iguana & Fuego Ultrasauce. Das sieht auch richtig gefährlich aus. Ja. XK nicht bestimmt oder so. Jalla. Ich stelle die Frage. Wie viele Körner sind ein Kilo Reis? Körner sind ein Kilo Reis. Oh, Bruder. Ein Kilo Reis. Ein Kilo Reis. Drei. Warte, warte, warte. Warte, warte. Eins. Zeilen. Sechstausend. Wie viel hast du? Eine Million. Was? Ich hab 10.000. Was sagst du? Was sagst du, Marc? 2.200. Also der niedrigste. Die richtige Antwort ist 50.000 Körner. Der ist am weitesten weg. Eine Million. Eine Million. Bruder, ich hab... Bruder, jetzt. Weil die Sagen ist nicht hart, Bruder, muss man ein bisschen mehr durchgehen. Auf jeden Fall. Weißt du, das geht nicht mehr, Bruder. Ja, Bruder, stimmt. Jungs, Alter. Ja, der ist richtig. Von allen Seiten. Da ist noch ein bisschen zu wenig. Nein, nein. Nein, das reicht. Es reicht. Seid ihr krank, Alter. Schill mal, Bruder. Schill mal, du machst immer weg, Bruder, ja. Der Soße mit Wurst gegeben, nicht der Soße mit Wurst. Ja, ja. Soße mit Wurst. Boah, der Arme. Boah, Alter, der ist schlimm. Ja. Herrlich? Ja. Ey, bitte. Bleib ich mal. Boah, das ist so schlimm. Wir sind aber auch schon am aggressivsten bis jetzt von denen aus, Bruder. Guck mal die Kamera, mal zeig mal deine Emotionen. Die Kamera, Bruder. Boah, der kriegt Glück auf. Sag mal, erzähl mal, wie hübsig. Sag den Leuten, wie es gut ist. Boah, das ist Ziel. Bruder, die schlimmste Soße. Boah, es gibt noch drei Schluck. Ich habe schon einen Schluck aufbekommen. Boah, Bruder, überleg mal, da kommen noch drei. Boah, nehmt mich. Boah, das ist zu schwer. Boah, ich habe für das. Ja, der war nicht da. Aber ey, muss ich das überleiten. Brot. Brot oder so. Brot. Wow, nein. Nein, ich habe Schluck und den Zapp掌, Bruder. Guck mal, deine Haut, die ist am kleinsten. Guck mal, die ist am kleinsten, da ist schon der Tropfen, der ist am kleinsten. Guck mal, das ist so scharf, oder? Guck mal, hier bei dir mit deiner Haut, ich hab aber auch gut reingedippt. Bruder, du hast es übertrieben, glaub ich schon, oder? Ich nehme diese Milch zur Sicherheit, Bruder, hier. Rolla, gib Milch. Meinst du jetzt, Bruder? Rolla, billa, klar. Schlimm sind dann die anderen, Bruder, ja? Gibt dir noch drei Soßen? Ehrlich, Bruder? Man sieht aber wirklich, das ist kein Spaß gerade, Bruder. Das ist diese nicht wie Schauspielerzimmer. Ja. Bruder, aber du kommst auf eine Million Reiskreppen. Bruder, ich hab gelacht. Das ist so. Bruder, trotz einer Million, weißt du, wie viel das ist? Bruder, zum Zählen brauchst du für eine Million irgendwie, keine Ahnung. 20 Jahre oder so, Alter. Bruder, du bist doof, Alter. Ich wusste, dass... Bruder, jetzt in der nächsten Runde musst du noch schärfer probieren. Komm, komm, reicht jetzt irgendwo nicht, Bruder. Bruder, Jun. Guck mal, Bruder. Da kommt doch noch drei, Bruder. So, hey, wir machen jetzt weiter. Nein. Was dann? Nicht raus, Bruder. Der muss sich, links kommt. Der braucht Zeit. Bruder, ich frage mich, wie schlimm muss dann diese hier sein oder diese? Die wird euch komplett aus dem Leben schlagen. Bruder, du musst weitermachen. 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 Bruder, du hast den links, rechts übersehen. Ist das? Alles. Alles Astrid. Mach dir mal Tür auf, Albinchen. Mach dir mit Tür auf. Ja, ja, du kennst. Ich erwarte auch. Die Eichen gefüllt. Nein. Das bringt nicht mal was. Das Einzige, was bringt, ist Milch. Aber Bruder, chill mal, chill mal. Noch mal ein bisschen. Bruder, chill mal. Ich glaube, ich gebe... Wenn ich kein Milch im Mund hab, das... Das bringt dir. Vorsicht. Dann trink und lass in deinem Mund drin. Schluck dich direkt runter. Lass jetzt einfach drinnen. Okay, weiter geht's. Nächste Frage. Weiter mit Frage Nummer 6. Ich hab jetzt Angst bekommen. Die Soße heißt Klapperschlange Hot Sauce. Okay. Das ist die hier, ne? So. Wie viele Autos gibt es weltweit ungefähr? Boah. Wie viele Menschen gibt es? Du weißt nicht. Nein, das war ja nicht klar. Aber das muss eigentlich... Das hat aber, glaube ich, nichts anderes. Drei. Zwei. Warte, warte. Chill mal. Eins. Wenn du keine Antwort hat, hast du automatisch rausgeschrieben. Chill mal, Bruder. Wie denkst du das? Der steht auf Null. So. Habt ihr? Drei, zwei, eins. Zeigen. 200 Millionen. 200 Millionen. Wallah. Bruder, was hast du? Hey! Wir hatten auch nicht. Eine Milliarde. Eine Milliarde. Eine Milliarde? Okay. Was hast du? 80 Millionen? So. Die richtige Antwort lautet tatsächlich ungefähr eine Milliarde. Boah. Also, Marc. Aber er hat überlebt. Ey! Warte, warte, warte. Bitte, bitte. Wie dumm ist er? 80 Millionen gibt es in Deutschland. Boah. Aber ich bin doch echt in Deutschland. Der hat richtig Hass auf den. Der hat die dummen Wissen. Hey! 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 Bruder, nein, nein. Der darf das, Bruder. Guck mal, wie viele er jetzt machen will. Aber ich weiß nicht so. Ja, Bruder! Niemals! Ich weiß es nicht. Wallah, ich hatte genau das. Wallah, ich hatte genau das. Wallah, ich hatte genau das. Bei mir hat sogar abgetroffen. Ich traf auch ab. Keine Sache. Bruder, ja. Wow! Ja, klar, klar. Ich glaub dir. Oh, das ist immer noch super viel. Tschüss! Yallah, Marc, komm. Er hat sich grad rüber ausgelacht. Gibt es schon mal Milch, Bruder? Und Brot. Und? Geht. Guck mal, seine Vivi, Bruder. Die fängt an. Rollah, die sieht schlimmer aus als die. Der sagt aber nicht so경ste Der verdient eigentlich auch cool zu machen Ja divorce Sie kämpft genau hinter dich Was willst du denn machen? Du kannst an den Mund behalten oder was bruder Wohohome Löwe Löwe Wie steiml Alles gut Krass Bruder der macht ganz dicksee Poker Vielleicht就auert Der ist am sterben동en Na lang н EEI Das kann nicht sein Ist scharf Die ist ja noch schäfer als die und guck dir mal die die machen. Schaf, aber die klappt. Bruder Achterkaner, Bruder. Ich hab Schafen gegessen, Bruder. Ich hab Schafen gegessen. Nicht schlecht, Marker. So, Leute. Komm, komm. Komm her jetzt. Es kommt gerade in Rachen. Du hast Prozess gerade. Das war ja bei Schafensoßen. Wir kommen jetzt zur siebten Soße. Beziehungsweise zur siebten Frage. Ich hab Bruder damit. Guck mal, seine Mühle. Bitte komm raus, Bruder. Das ist immer langfristig, Bruder. Boah. Das ist der Wett. Aus dem Brot. Ja, geht. Nicht zur Frage. Ja, ja. Ich komm. Aber Bruder, der ist schnell ready. Der ist ready, Bruder. Ist gut. Wir nehmen auch einmal. Komm jetzt zur siebten Soße. Carolina Reaper Hot Sauce. Wie ihr, ne? Die Ausfrage. Bruder, du kennst die Carolina Reaper, Bruder. Von www.cdifu.de, Leute. Wie gesagt, Bruder. Lass bei denen nicht so übertreiben wie davor. Bei den zwei. Bruder, ich glaub, du hast dich schon lebensbedrohlich, wenn du bei denen reinkannst. Ja, lass mal raus. Wie viele Brücken gibt es in Venedig? In Venedig? Boah. Was ist das für eine scheiß Frage, Bruder? Ich hab. Ich hab. Ich hab. Ich hab. Okay. Drei. Zwei. Hast du, Marc? Warte, warte. Hat er jeder? Eins. Warte. Warte, warte, Bruder. Jetzt. Hundertfünfzig. Warte, ich glaub, ich hab miese reingekommen. Zwei-hundertfünfzig. Zwei-hundertfünfzig, Bruder. Zwei-hundertfünfzig, Bruder. Zwei-hundertfünfzig, Bruder. Zwei-hundertfünfzig. Ich glaub, der Marc, der steht einfach mit die scharfen Soßen. Wie viel, wie viel? Sag mir, sag mir, sag mir, sag mir. Achttausendfünfhundert, sag mir. Boah. Ich hab zwanzig. Ey, du bist doch zwanzig. Er ist trotzdem, die Differenz. Wie viel hat er denn? Vierhundert ist die richtige Antwort. Vierhundert, Alter. Boah, ich bin hundertfünfzig. Warte, Mann. Komm, Dings. Du bist Löwe, komm. Komm mal, Bruder. Ey, das ist die Vorletzung. Zwei-mal hintereinander. Das geht nicht mehr. Nee, das geht nicht mehr. Meine Lippen sind am explodieren, Bruder. Die sind so scharpen. Ich hab da Afrikaner aus. Ja, normal. Das geht klar. Aber meine Lippen sind schon heiß, Bruder. Das heißt, wenn ich jetzt noch mal esse und bei dir explodieren, Bruder. Nein, nein, nein. Bruder, wenn du irgendwann mal eine gewisse Toleranz hast... Ja, dann geht nicht mehr. Dann wird alles taucht. Dann wird alles taucht. Wollah, ich hab immer noch dieses Brennen in mir, ne? Hier, Bruder. Bruder, diese letzte, ne? Das sieht einfach aus nach... Ey, was ist das, Bruder? Nach Sieberschaft. Richtig, Bruder. Ey, 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 ey. Ey, ich hab schon an, Digga. Richtig, Bruder. Richtig, Bruder. Richtig, Bruder. Richtig. Was ist das, Bruder? Da muss schon so ein Stückchen draufhängen. Ja, schon so ein Stückchen. Nein, 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 nein. Ey, würdest du das machen? Ja, ich kann das schon machen. Ja, ehrlich. Würdest du nicht, Bruder? Ey, ich mach gleich mal. Mein Video, Bruder. Okay, das ist gut jetzt. Auf eigene Gefahr. Ey, gib mal diese Milch. Ey, ich hab einmal ganze Milch leer getrunken. Bruder, haben wir noch Milch, Alter? Gib mal neu. Ich brauch schon eine Parade, Bruder, ehrlich. Okay, das reicht. Ey, du musst aber noch ein bisschen lassen für den Letzten auf jeden Fall, Bruder. Haben wir keine Milch mehr? Ich weiß nicht, oder? Doch, doch, wir haben, wir haben. Yallah. Das ist krank, Bruder. Du stirbst davon. Das ist für Video. Das ist eine Taktik zum Essen. Ne, schnell, komm. Das kann ich nicht mehr machen. Bruder, das kommt aber später. Du wirst es spüren und runterschluckst. Weil du hast noch diese Wurstgeschmackweiße. Wenn das weg ist... Oh, deine Mimik. Oh, deine Mimik. Oh, deine Mimik auf einmal. Oh, dein gute Poker-Face, ja? Bei mir habt ihr gesagt, ich hab gegessen, direkt. Ich war weg. Schluckauf und alles. Ey, Juskin ist 30 Minuten. Du wirst einfach echt nicht durchgehen. So, und zappeln, Bruder. Alles Gute. Hä? Jetzt kommt gleich das Spiel der Bote. Nein, die Taktik ist aufgegangen, glaube ich. Was war denn die Taktik? Frage ich schon. Aber das ist schlau. Okay, weiter. Letzte Frage. Wie viele Sterne? Also, wir kommen jetzt zur letzten Frage. Nein, gar keinen Bock. Zur letzten Soße. Die heißt Die Schwarze Witwe. Und die ist wirklich heftig. Und ja. Derjenige, der sag ich schon mal Rest in Peace. Die Frage dauert jetzt. Wir müssen da wirklich nicht übertreiben. Ja, wenn schon, selbst schon. Nein. Nein, wenn nicht. Alten hat nicht mal eine scharfe Soße. Ja, ja, wenn Alten hat nicht mal eine scharfe Soße. Ja, ja. Ja, nicht mal einmal. Boah, du hast diese ersten Kugel. Ich bitte dich. Was hast du sonst probiert? Ja. Aber mal war ich schon. Aber ich hab mal am Anfang. Wie viele Sterne? Wie viele Sterne gibt es in der Wildstraße? Was? Wie viele Sterne gibt es in der Wildstraße? Zwei. Egal, egal. Da weiß ich hinter Pech. Oder Milch. Da hast du eine Straße. Galaxie. Da hast du überall Milch wieder verkauft, Bruder. Diesel wieder. Ja, okay. So dumm bin ich. Lass uns die Galaxie. Okay. Unser Sterne ist hier. Heiß Milchschrott. Fünf. Scharp. Ey, wie? So schnell? Scharp. Oder? Fünf. Vier. Warte, warte. Drei. Zwei. Eins. Null. Alle zeigen? 150 Milliarden. Fuck. Ich sage aber eine Billion. Eine Billion? Eine Billion? Okay. Eine Billion. Also nach Milliarde. Eine Milliarde. Eine Milliarde? Bitte. Du hast 250 Millionen? Ja. Ja. Okay, ja trotzdem hast du. Okay, die richtige Antwort lautet 400 Milliarden. Boah! 150 Milliarden habe ich gesagt. Ey. Mark. Ich habe eine. Der hat eine Billion. Der hat 600 Milliarden. Differenz, Bruder. Und der? Ja. Und der? Ja. Und der? Ja. Und der? 250 Millionen. Das ist nicht Differenz, Bruder. Ist dieses was? 100 Millionen. Ich mach dir die drauf. Nein, der wollte gerade bei mir machen. Bleib nicht, Bruder. Bei ihm kannst du ein bisschen reinpacken, ja? Alles geil. Ey Bruder, bist du krank? Warte. Du hast gerade bei mir gemacht. Was? Du bist krank? Weißt du, wie du gerade bei mir gemacht hast? Nein, Bruder, Bruder. Aber das ist, glaube ich, doppelt so stark wie das. Das ist nicht hauseigene Marke. Ich mach das. Guck mal, wie das aussieht. Das ist zum Sterben gedacht. Ich mach das korrekt. 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 Einmal. War richtig mal. Nein, nein, auf keinen Fall. Das reicht. Oh, das reicht. Oh, das reicht. Guck mal, guck mal. Ich mach das weg. Ich mach das weg. Ich mach das selber. Ich mach das selber. Ey, ist krank? Ich schwör das falsch, Bruder. Das ist sogar zu wenig. Hast du das mal eben bei Marke gesehen? Ja, Bruder. Tschüss. Ja, das reicht, Bruder. Jetzt auf jeden Fall. Das wird schon reichen, Bruder. Guck mal. Kannst du mir eine neue Milch holen, bitte? Ein Gänchen. Da ist niemand. Bruder, bei uns war ich genau das letzte einfach. Genau das letzte auch noch. Plus einer noch. Einer wird schon weg. Okay, let's go, Bruder. Bruder, die Zahl kann ich nicht mal schreiben. 3-3 Billiarden. Weißt du, weswegen? Let's go, Bruder. Bitte, riech mal, bitte. Das riecht nicht mehr nach... Das riecht nicht so scharf sogar. Das riecht schon so diese... Chemiehaftig, Bruder. Bruder, probier doch jetzt in der Kamera. Ich hoffe, ich musste gar krank. Schau, meine Mutter riecht an. Ja. Bruder. Guck mal, im Gegensatz zu denen. Wie oft ich musste. Ich bin einfach stramm überliebt. Wie ein Löwe. Der muss schon rausziehen. Und? Edge-Station. Ich bin einfach stramm. Ich habe, meine Mutter fern creiert. Das ist die Bruder, oder? Ja, nicht. Und jetzt. Und meine Tür. Und danke dir. Kleine zu müssen. Kleine zu müssen, Bruder. Noch eine Tür zu machen, Du. Beber. Das war so schön. Aber wie ist das denn? Du kannst deine Leer einbleiben. Das ist so krass. Der ist schon beim Spitzern, oder? Ey, sag Schams-Seddin. Ich bin Shamseddin, wenn ihr dieses Video seht, dann bin ich wirklich african. Hast du gesehen? Diese Schafe, ich kann auch in die Genie alle einklinken. Okay, letzte Frage. Dafür, dass er nichts probiert hat, bin ich dafür, dass er das auch im Kronen probiert. Einfach so, nur für dein Video. Das ist dein Video, also geil. Ich bin dafür, dass... Bruder, ich hab schon mal Milch. Was ist los bei dir? So Leute, die Kamera ist kurz rausgekommen. Hol mal erstmal Milch. Für meine Supporter, wenn das Video keine 200.000 Likes kriegt... 200.000 Likes? Das ist ein Muss. Das ist ein Muss. Bruder, wir haben ja noch einen Kandidaten, den Astrid, der will auch probieren. Wir probieren zusammen, okay? Wir holen nur kurz Milch, Bruder. Checkt die Seite auf ChilliFood.chilli. Ja, auf jeden Fall. Danke für die Zusammenstellung und Zusendung der Soße. Okay. Ich tippe erstmal rein. Das ist zu wenig, das ist zu wenig, ey. Das reicht, Bruder. Mach mal. Guck mal. Das ist echt wenig, ja? Was, Bruder? Das ist echt wenig, ja? Was ist das? Das ist echt wenig. Ey, ich wusste nicht, das ist. Du bist ein Fightboy. Guck mal. Löwe, Löwe, Löwe. Das ist das erste, was ich in meinem Leben vergessen habe, Bruder. Das schaffst du in meinem Leben. Hast du gar nichts? Das war erst kein wenig, aber ja? Aber Löwe. Boah. Warte, warte. Trink doch eben mit. Chill mir. Lass mal wirklich, Bruder. Das ist kein Problem. Das war ein Riesenfehler, ne? Riesenfehler. Bruder. Löwe, Löwe. Löwe. Deadshot. Deadshot gleich. Eins, zwei. Uh. Deadshot. Oh, Mann. Warte, Bruder. Warte, bitte gut. Wolle, ich hab fast gekott, ne? Was so schlimm gerade? Boah, du malz, mir geht das nicht. Ich erinnere. Aber das geht nicht! Gib den Bruder mal Milch! Der Arme! Gib ihm mal einer Milch! Ist da noch was drin? Hier Brot, hier Brot! Das ist der Milch! Bruder, bin der Milch! Gib mir mal ein Glas, Loren! Ich hab's euch gedacht, Bruder!